auch immer wieder den schönen Soundtrack ich finde es so geil ja ja also ich bin ja ja nicht kurz nicht Victoria is going to the piss we took so long ja hier ist die Karte auch meist nicht noch nicht angucken HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster dies sind ernsthafte ohne T lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie informiere dich jetzt für weitere Informationen choosehealthadmin.id Belohnung am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte daraufhin befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katze also wäre ich für eine schnelle Rückgabe meiner Sachen und Katzenerinnerung dankbar du hast meine Adresse an die Schlampe, die meine Franju-Creme gestohlen hat das Zeug ist scheißteuer und ich brauche es gegen meine Akne ich weiß genau wie es Haut schält und ich warte darauf dass sich deiner Haut aufklärt interessant also wer hat die Krimi-Stuhen müssen wir gleich mal was tut Tafel was steht denn da room 217 no way in hell am I ever going in here ne wer soll da wohnen Taylor wohnt hier Taylor is a slave Taylor is a Sklave oh hier war noch eine Tafel I'd love to make a photocollage of every person who've posted these hmm sei nicht ängstlich, sei bereit Waffentraining für Jugendliche auch unter 21-Jährige können lernen mit Waffen umzugehen ob AK oder oh jetzt Rot-Dovka wir trainieren mit perfekten Plastik-Nachbildung spaßig und sicher kommt für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr 174 Hemingway ignoriert die große Hunde Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20% man, people here are merciless Sicherheit statt Reue egal wie sehr ihr einander mögt ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern ihr habt die Wahl am Warten ist nichts auszusetzen für weitere Informationen besucht please wait at praisebgc.org Graffiti siehe Kates Video als Beweis Kannst du gleich abreißen das Plakat Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn Sein für reise nach 22 Uhr Danke fürs Zuhören Das ist ja unglaublich hier Ah, warte No Boys allowed Also keine Jungs sind hier erlaubt Okay, hier wohnt die Dana Hier ist ein Poster Nice Atmosphäre Shot Needs Dusting Oh, hat, 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 hat wat Schön, wat, hat wat Baderaum Oho Baderaum Feueralarm Äh Ansehen Looks like nobody won this TP war There's nothing left but ghosts Ach, das Klopapier, ich dachte, das werden hier, äh Komisch ausgeraht Durch die Streifen Dusche, kann ich nähren Musik hat ein bisschen stinken Äh, b-b-b-bom Poster They live Invasion in Blackwell Sei kein Zombie Es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen Eine Nachricht der Clearhead Stiftung Hm Ist nix Tafel Hier wohnt Wer wohnt hier? Oh, Victoria Give me a fucking break Ach, die Alte Poster Das werden wir gleich lesen Dies ist dein Planet Und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen Bist du der Boss Die Entscheidung ist unsere Also, erhebe deine Stimme Rettet die Erde Ja, das zeig auch Also, unsere Erde ist sehr wichtig für uns Ah, Warren und Brooke Okay, 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 okay Warren ist ja der Den wir jetzt gleich den Stick bringen müssen Wo ist eigentlich mein Zimmer? Ach, hier ist mein Zimmer Ach, dann zeichnen wir mal was hin Ich hoffe, äh Achso, achso, achso Max Geht so Gitarre Schön Ja, okay Dann sehen wir uns hier mal etwas um Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll Kekse Ja Okay Ansehen Öffnen Schublade Alles Gute zum Geburtstag, Maxine Wir werden nie den Tag deiner Geburt Oder dein erstes Lächeln vergessen Es war Liebe auf den ersten Blick Heute ist dein besonderer Tag Wir vermissen dich Sind aber sehr stolz Dass du deinen Träumen folgst Wir lieben dich Mama und Papa Oh Oh, Mama Mama Herzlichen Glückwunsch, Maxine Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist Hi Liebling Dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt Er sorgt sich um deine Einstellung Und dein Verhalten Dass du nicht dorthin passt Und dich in deinem Zimmer versteckst Ich weiß, es ist hart Von zu Hause vor zu sein Selbst wenn du jetzt erwachsen bist Aber du bist dort Und um die Welt mit deiner Kamera zu verändern Bitte ruf mich bald an Damit wir reden könnten Wir vermissen dich Schmatz, Mama Oh ja, Mama Ich möchte Ich möchte jetzt, dass sie Gitarre spielt Ganz kurz Nur ein bisschen Ich möchte jetzt, dass sie Gitarre spielt Ich möchte jetzt, dass sie Gitarre spielt Ich wollte gar nicht mehr aufhören Aber das wäre dann Ich muss ja hier weitermachen Hat sie echt gut gemacht Also wunderbar Wimpel 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 Sei wie du bist Fenster Pflanze Wann ist damit? Gießen Ja Oh, weil ich eine Pflanze gegossen habe Wird es Konsequenzen haben? Oh je Naja Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen Oh, jetzt ist der ja nicht hier Um beim Lernen was Schauen zu können Wenn du ihn brauchst Findest du ihn in meinem Zimmer Ja Daniel hat so viel Talent Ich hoffe, dass niemand es aufhört Nur weil es mir ist Na warum? Daniel, schnelles Skizze Meiner neuen Muse Alles Kameras Warren makes me laugh It's nice to feel like I already made a real friend here Warren Graham Und dann seine E-Mail-Adresse Max, danke für deine Mail Und die Kopien deiner Notizen aus Jeffersons Unterricht Ich werde nie aufhören Dich mit Dankesbezeugungen zu überschütten Ich habe auch eine Recht Vielseitige Sammlung an TV-Serien Gold-Klassikern abgefahrenen Filmen Auf einen fetten OSB-Stick Falls du sie die ansehen willst Danke nochmal für deine Hilfe Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald Warren G Ja klar kann ich machen So Philipp Lorca de Corsha, mein Mann Ich glaube, ich kann meine Kamera aus diesen Plätzen Look at that shot Look at that shot I love Julia Cameron's Victorian vibe Talk about analog cameras Ah, Dolly, what a fantastic eye He could truly freeze time Das ist ihr Vater Ja, sieht nett aus Das hier in ihrem Sportpullover Und das, ähm, ja Finden ihre Freunde, denke ich Schöne Erlebnisse Die sollte man in Ehren halten Nö, schalte die jetzt nicht ein Aber die Schublade öffne ich Ja, Piraten Ja Piraten sind cool Jack Sparrow Cartier-Bresson Doineau Hamilton The greatest Hinlegen Teddybär Ahoy Captain At least I know you've got my back When I swallowed your eye And my parents rushed me to the ER I knew we were bonded forever Das kommt mir bekannt vor Die Fotowand Von ihrem Foto The Max Callfield Foto Memorial Wall Ja, sag ich ja Steckerleiste So unwichtig Ansehen Warren Darf der eigentlich Einfach so in ihr Zimmer oder was An Max oder alle Die es interessiert Der filmische Inhalt Dieses USB-Sticks Ist von grausamer Lebensverändernder Und kontroverser Natur Diese Sammlung wurde Mit äußerster Sorgfalt Und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen Ich gratuliere Dir zu deinem Geschmack Und erwarte mit Spannung Deine Bewertung von Cannibal Holocaust Und Ultra Vixens Peace Vorgie Da können wir wieder ein Foto machen Ein Selfie am Spiegel Gut Haben wir noch irgendwas übersehen Nein, dann können wir das Zimmer verlassen You can't get out now, Dana So tell me the truth Or rot in there Okay, dann können wir das Zimmer So tell me the truth Und dann können wir das So tell me the truth Untertitelung des ZDF, 2020